Was ist das Gemälde Agrarian Structures? Jonathan Laskers Gemälde Agrarian Structures ist eine malerische Collage. Er arbeitet mit unterschiedlichen Patterns, mit Zeichen, die er auf die Leinwand bringt. Es gibt das Geordnete, das Konstruktive, auf der anderen Seite den offenen Pinselstrich, das Organische. Das widerspiegelt auch der Titel des Werks. Es ist ein Gemälde, das auch sehr materiell, sehr taktil ist. Es ist keine flächige Malerei, sondern ein sehr direkter Umgang mit der Materialität. Man sieht Spritzer, man spürt die Spuren des Künstlers auf dem Bild. Abergutente Abergutente Vielen Dank.